Schätze die Zeit deines Lebens und vergeude sie nicht. Anstatt dein Leben in Zeit zu messen, kannst du dein Leben auch in Aktivitäten, Events messen. Als Beispiel. Du bist 30 Jahre alt und wir sind super optimistisch und sagen mal, du bist 90 Jahre alt. Ist das der Fall, hast du noch 60 Winter vor dir. Genau 60 Winter vor dir. Stell dir das mal vor. Jedes Jahr schaust du beispielsweise das Champions-League-Finale an und siehst davon nur noch 60 Finalspiele. Sagen wir, du liest 5 Bücher im Jahr, auch wenn es sich dabei anfühlt, unendlich viele zu lesen, hast du lediglich noch 300 Bücher zur Auswahl von all den Büchern, die auf dem Markt sind. Woran du wirklich denken solltest und auch wichtig für dich sein sollte, sind Beziehungen. Sagen wir, du bist noch einer von den glücklichen Menschen, die noch beide Elternteile haben und deine Eltern sind 60. Bei einer Lebenserwartung von 90 Jahren hast du also noch 30 Jahre mit ihnen. Wenn du aber mit deinen Eltern nur noch 10 Tage im Jahr Zeit verbringen kannst, und ich meine wirklich verbringen, sind dies wiederum nur noch 300 Tage im Gesamten. Das gleiche gilt für deine besten Kollegen, die Familie haben, verstreut leben und mit denen du auch nur noch wenige Tage im Leben etwas unternehmen kannst. Das ist Realität. Du realisierst vielleicht, auch wenn du noch nicht am Ende deines Lebens angelangt bist, kommst du womöglich ans Ende der Zeit mit den Menschen, die dir am wichtigsten sind. Natürlich ist dies auch immer wieder eine subjektive Ansicht und jeder kann entscheiden, was er gerne tun möchte. Was du aber tun kannst, um diesem Mechanismus entgegenzuwirken, ist quasi erstens, lebe in derselben Stadt, wie die Leute, die dir am wichtigsten sind. Du siehst diese um einiges öfters, als die sonst irgendwo wohnen. Zweitens, Prioritäten setzen und diese von Herzen setzen. Drittens, qualitative Zeit zählt, wenn du dich mit den Leuten umgibst, die du liebst. Schätze und behandle die Zeit kostbar. Bis dahin, macht's gut, ciao!